Das Shure SM57 ist eine Mikrofon-Ikone. Ich brauche zu dem Mikrofon eigentlich gar nichts zu sagen, denn so ziemlich jeder Musiker kennt dieses Mikrofon. Oder hat es zumindest schon einmal benutzt. Oder hat vielleicht sogar selbst eins. Jupp, okay, damit sind wir am Ende dieser Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hi, wie geht's euch? Ich bin Marvin und in dieser Review geht's um das SM57. Ich habe im Vorfeld wirklich lange überlegt, was ich über das Mikrofon sagen könnte und im Prinzip gibt es nicht mehr viel, was noch übrig wäre zu sagen. Und wenn sogar das Weiße Haus des SM57 für die Pressekonferenzen des amerikanischen Präsidenten benutzt. Ich meine, was soll ich dem noch hinzufügen? Okay, aber ich versuch's. Das SM57 ist bekannt für seinen Live-Einsatz. Es wird von Shure als Instrumentenmikrofon vermarktet, aber es kann noch viel mehr als das. Erstmal ist das Ding wirklich unzerstörbar. Und es hat auch den Ruf, unzerstörbar zu sein. Und deswegen ist das auch so beliebt bei so vielen Live-Musikern. Ein richtiges Arbeitstier. Ist komplett aus Metall gefertigt. Bis auf hier oben diese Kapsel, die ist aus Plastik. Unten befindet sich dann der XLR-Anschluss und von da aus geht's per XLR-Kabel in dein Audio-Interface. Apropos Audio-Interface. Ich habe das Mikrofon an mein Scarlett 8i6 angeschlossen. Ich habe aber auch ein Focusrite 2i2 der zweiten Generation hier. Ich habe das Mikrofon an beiden schon betrieben. Es klingt genau gleich, weil die internen Komponenten eigentlich dieselben sind. Mein Input Gain ist bei ungefähr 75 Prozent. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nachher die Lautstärke noch anheben muss. Falls ich das aber tue und welche Einstellung ich vorgenommen habe, findest du alles direkt hier unten oder aber in der Beschreibung direkt darunter. Ich habe nichts am Signal verändert. Kein EQ, kein Kompressor. Alles, was du gerade hörst, ist das, was ich genauso mit dem SM57 aufnehme. Das SM57 ist ein dynamisches Mikrofon und damit auch relativ unsensibel, was den Eingangspegel betrifft. Also man muss den Gain an seinem Interface wirklich aufdrehen, um das Mikrofon entsprechend anzusteuern. Eine Alternative gibt es. Du kannst auch einen Fathead benutzen. Das ist ein Gain-Verstärker. Der kommt an das Mikrofon und verstärkt das Eingangssignal. Oder aber kleiner Tipp, wenn du dein Audiointerface hast. Okay, ich kann an dieser Stelle nur noch mal sagen, es gibt gar nicht so viel zu sagen zu diesem Mikrofon. Es ist einfach ein fantastischer Allrounder, der gut klingt, der lange hält und auch nicht allzu teuer ist. Zum Zeitpunkt dieser Review kostet das Mikrofon 94 Euro. Wie die meisten dynamischen Mikrofone ist das SM57 relativ unsensibel. Die Richtcharakteristik ist Niere. Das bedeutet, das Mikrofon nimmt vor allem nach vorne auf. Wenn ich in die Seite des Mikrofons rede, dann nimmt es schon viel weniger auf. Und wenn ich in die Rückseite spreche, dann kaum. Und das ist wichtig, wenn der Raum, in dem du aufnimmst, nicht besonders ideal ist. Gerade Büroräume hallen sehr oft. Manchmal auch, wenn man zu Hause aufnimmt. Du kannst es leicht rausfinden, wenn du mal dich in die Mitte deines Raumes stellst und die Hände klatschst. Dann hörst du eigentlich schon, wie viel Schall zurückgeworfen wird. Das Gute bei Mikrofonen mit Nierencharakteristik und auch bei dynamischen Mikrofonen ist, dass sie diesen ganzen Raumhall, der um das Mikrofon herum ist, wenig aufnehmen. Ja, okay, es hat einen Grund, warum ich die ganze Zeit Kaffee trinke, während ich diese Review-Filme. Ich möchte, dass du einmal hörst, was das Mikrofon eigentlich an Hintergrundgeräuschen aufnimmt. Das heißt, wenn du vielleicht einen Kollegen hast oder jemanden, mit dem du einen Podcast aufnimmst oder einen Video filmst oder eine Gesangsaufnahme machst, dann hast du eine zweite Person im Raum, die garantiert nicht still sein wird, während du aufnimmst. Solche stellt die Tassen ab, weil sie gerade etwas trinkt. Oder sie ließen ein Buch und legt es ab. Gegen Handgeräusche, finde ich, ist das Mikrofon nicht besonders gut isoliert. Es ist okay, aber auch nicht herausragend. Du hörst es ja gerade, wenn du das Mikrofon in der Hand hast und herumbewegst, dass es doch einiges von den Bewegungen meiner Hand aufnimmt. Ich weiß nicht, warum du das tun solltest. Okay, vielleicht möchtest du beim Singen auch tanzen? Für Castingshows? Boyband? Mit P und S Lauten geht das Mikrofon mittelmäßig um. Du hörst das vielleicht jetzt schon gerade, während ich spreche, aber vor allem, wenn ich näher an das Mikrofon herangehe und genau in die Kapsel spreche, dann hörst du bei Worten wie Podcast, wie stark eigentlich P-Laute und Plosive aufgenommen werden. Aber nur, um das klarzustellen, das alles ist eigentlich Kritik auf hohem Niveau. Das Mikrofon ist nicht umsonst ein Mikrofonklassiker. Ist relativ ausgewogen im Frequenzgang. Ja, es könnte ein bisschen sensibler die Höhen aufnehmen. Ja, es ist von Haus aus nicht das beste Mikrofon zum Schutz gegen P und S-Laute, aber dafür gibt es eben Popfilter oder einen Windschutz, den man drauf schrauben kann. Ach übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen. Zur Ausstattung des Mikrofons gehört dieser Mikrofonclip, eine Mikrofontasche und, das habe ich extra nachgeguckt, ein Gewindeadapter, um ihn auch an Stativ- oder Mikrofonarme schrauben zu können. Das alles würde ich gerne zeigen, aber ich habe das Mikrofon schon seit fünf oder sechs Jahren und habe weder Karton noch Zubehör. Das einzige, was ich gefunden habe, war dieser Clip in irgendeiner Schublade und auch das war Zufall. Fazit. Hey, das Mikrofon ist wirklich gut und ich kann es nur empfehlen. Gerade wenn du auf der Suche nach einem Mikrofon unter 100 Euro bist, kannst du dir das SM57 mal angucken, mal bestellen und mal ausprobieren. Letztendlich geht es bei der Wahl des richtigen Mikrofons nicht so sehr darum, wie teuer ein Mikrofon ist oder wie viele Tester und Reviewer und Blogger behaupten, es sei das Beste für irgendwas. Es muss vor allem zu deiner Stimme passen. Wenn du eine eher hohe Stimme hast und du kaufst dir ein sehr höhenlastiges Mikrofon, wirst du nicht besonders gut klingen und genauso andersrum. Deswegen muss das Mikro passen. Eins wie das SM57 ist, wie ich finde, relativ ausgewogen und kann eigentlich für sehr viele verschiedene Stimmen und auch Instrumente eingesetzt werden. Also was will man eigentlich mehr? Für 94 Euro? Gib mir zwei. Also zusammenfassend. Für mich unter 100 Euro eins der besten Mikrofone, die ich kaufen kann. Zweitens eins der besten Backup-Mikrofone, die es gibt, falls dein später mal teureres und abgegradetes Primärmikrofon ausfällt. Und dabei lässt es sich auch noch super gut transportieren, weil es eben nahezu unkaputtgar ist. Weil es un... un... unkaputtbar... un... Ja, wie auch immer. Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist ein SM57. Achso, übrigens, kurze Ergänzung. Das Shure SM58 ist dasselbe Mikrofon wie das SM57. Es hat einfach nur den Stahlkorb oben, was es ein bisschen beliebter macht für Vocal-Anwendungen. Letztendlich die Kapsel und die internen Komponenten sind bei beiden die gleichen. Okay, ich hoffe, dir hat diese Review gefallen oder geholfen. Wenn du noch Fragen hast, lass mir einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und wir sehen uns beim nächsten Mal für die nächste Review. Mach's gut.